Hallo und ganz recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 6 und Samsung Galaxy Watch 6 Classic beziehungsweise dieses Video gilt halt einfach für beide Uhren, da spielt gar keine Rolle welche ihr habt. Und ich will euch zeigen wie ihr die Uhr auf einem Nicht-Samsung-Smartphone, zum Beispiel einem Xiaomi oder einem Huawei oder was auch immer einrichten könnt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, aufgrund der Vielzahl von Herstellern von Smartphones, die auf dem Markt verfügbar sind, wenn da mal was nicht funktioniert, wie hier im Video gezeigt, dann einfach mal kurz Google anwerfen und nachgucken, woran es denn liegen könnte. Das hilft in den meisten Fällen. Wir legen los und wenn die Uhr gestartet ist, seht ihr hier zunächst mal die Sprachauswahl und da können wir hier natürlich Deutsch auswählen. Für die Schweizer und für die Österreicher macht es an der einen oder anderen Stelle durchaus Sinn, hier auch mal auf Deutschland zu klicken, denn in Deutschland sind unter Wear OS einfach mehr Apps verfügbar als in der Schweiz und in Österreich. Das kann auch immer mal in eine andere Richtung gehen, aber vom Grundsatz her, und das war zum Beispiel beim Google Assistant insbesondere zum Start so, ist es halt in Deutschland einfach eine bessere oder gibt es in Deutschland oftmals eine bessere Verfügbarkeit. Dann hilft das hier auszuwählen beziehungsweise nachher im Setup der Uhr in Einstellungen dann einfach auf Deutschland zu ändern. Ja, wenn ihr das getan habt, dann passiert folgendes. Die Uhr startet jetzt einmal komplett neu. Also sprich, ihr habt ja die Uhr zum ersten Mal gestartet, dann kam die Auswahl der Landeseinstellungen, sowohl der Sprache als auch des Landes. Und nun startet die Uhr ein zweites Mal neu sozusagen und lädt eure benötigten Informationen rein und so weiter und so fort. Ihr seht jetzt hier, die Uhr ist einmal ausgegangen und bootet jetzt einmal komplett neu hoch, damit ihr mit eurer Konfiguration dann im folgenden auch direkt das Setup oder den Setup, aber ich weiß gar nicht, wie heißt es richtig, die Einrichtung der Uhr vollziehen könnt. Und dazu brauchen wir natürlich gleich das im Hintergrund aktuell noch etwas verschwommene Smartphone, denn wesentliche Teile der Einrichtung funktionieren schlichtweg im Start natürlich logischerweise über Smartphone und eben nicht über die Uhr, weil da müsst ihr die ersten Konfigurationen und so weiter und so fort erstmal drauf spielen. So, jetzt sehen wir hier, die Uhr ist jetzt im nächsten Modus oder in der nächsten Stufe des Startens und gleich wird die Uhr dann auch in den Verfügbarkeitsmodus gehen, sodass wir mit unserem Telefon dann entsprechend die ersten Schritte der Konfiguration auch vornehmen können. Hier kommt jetzt im Übrigen auch gleich direkt der erste große Unterschied zu einem Samsung-Smartphone zum Tragen, denn auf einem Samsung-Smartphone würde, wenn jetzt gleich dieses drehende Etwas im Hintergrund verschwindet, würde automatisch ein Hinweis kommen, hallo, Sie haben eine neue Uhr gestartet, bitte verbinden Sie, also wirklich super einfach. Das ist bei Nicht-Samsung-Smartphones etwas anders, denn wir sehen hier, der Bildschirm sieht jetzt wie folgt aus und die Uhr bittet einen jetzt, die Galaxy Wearable App auf eurem Telefon zu starten bzw. zu installieren. Die App findet ihr im Play Store, das heißt, die können wir jetzt einfach aus dem Play Store runterladen. Ich habe es zwar schon mal getan, zeige euch jetzt hier aber trotzdem einmal ganz kurz, wie die App dann auch im Play Store aussieht und ihr seht hier, wir haben ein Nicht-Samsung-Smartphone am Start und können jetzt hier einmal im Play Store nach der notwendigen App suchen. Dazu einfach zum Beispiel Wearable App Samsung oder was auch immer, könnt ihr auch andere Suchbegriffe natürlich eingeben. Man sieht hier dieses kleine blaue Icon, wo Wear draufsteht, das ist die originäre App. Wir öffnen die einmal und so sieht sie aus, wenn ihr sie das erste Mal startet. Und wenn ihr jetzt auf Fortsetzen im unteren Bereich klickt, dann werden die verfügbaren Geräte gesucht. Ihr seht hier, meine Live sind auch noch verfügbar und natürlich die Uhr und dann klicken wir einmal drauf und sehen dann, dass sowohl auf der Uhr als auch auf dem Smartphone jetzt eine sechsstellige Zahlenkombination auftaucht, die wir bestätigen müssen, damit wir die richtige Uhr und das richtige Smartphone koppeln. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade im Umkreis jemand anders seine Uhr koppelt, sehr gering, aber einfach zur Sicherheit, damit ihr wisst, dass ihr auch die richtigen Geräte miteinander koppelt. Im Anschluss wird jetzt quasi die Software heruntergeladen und zwar brauchen wir für die Samsung Galaxy Watch 6, in unserem ganz konkreten Fall hier, oder 6 Watch Classic muss man ja korrekterweise sagen, brauchen wir das Watch 6 Plugin. Das ist sozusagen für die Wearable App eine Information dazu, dass die App mit der Uhr kommunizieren kann. Gibt es für jede Watch-Generation ein separates Plugin, sodass dann jetzt hier die neuesten Informationen für die Watch 6 auch installiert werden können. Dieses Plugin brauchen wir aber tatsächlich nur im Hintergrund sozusagen. Also das ist jetzt keine App, die ihr nachher benutzt oder ähnliches, sondern das ist einfach ein Teil der Wearable App und deswegen könnt ihr die auch gar nicht separat öffnen und dient nur dazu, die beiden miteinander zu verbinden. So, jetzt wird hier so ein Sicherheitsscan auf meinem Smartphone gemacht, das könnt ihr mal ignorieren. Und ihr habt auch gerade im Hintergrund gesehen, nur deinstallieren, öffnen könnt ihr die App gar nicht. Und das liegt daran, weil sie halt eben, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Wearable App selber eingebettet ist. So, wenn ihr die Wearable App gestartet habt, dann könnt ihr jetzt hier euch für oder mit eurem Samsung-Konto gegebenenfalls anmelden. Wenn ihr das schon habt, könnt ihr einige Funktionen nutzen, die zum Beispiel eine alte Uhr wiederherstellen oder ähnliches. Wir überspringen das jetzt mal, weil ich mal unterstelle, dass die meisten im Zweifel vorher keine Samsung-Uhr hatten, was natürlich auch Quatsch sein kann, aber um es jetzt so breit wie möglich zu streuen, sage ich mal. Im ersten Schritt oder im ersten wirklichen Schritt der Konfiguration müsst ihr euch jetzt entscheiden, was ihr hier anklickt. Optional sind die Diagnosedaten, den Rest müsst ihr akzeptieren, also die Endbenutzern-Lizenzvereinbarung, die müsst ihr akzeptieren, sonst geht es nicht weiter. Und jetzt müssen wir tatsächlich sehr viele Berechtigungen für den Samsung Galaxy Watch 6 Manager akzeptieren. Denn wir wollen ja, dass die Uhr auf den Kalender zugreift, dass sie Anrufe initiieren kann, dass sie SMS verschicken kann zum Beispiel. Wir wollen auf die Kontakte zugreifen, ihr wollt gegebenenfalls über Bluetooth auf Geräte in der Nähe zugreifen und so weiter und so fort. Deswegen gilt es jetzt hier eine ganze Reihe von Berechtigungen zu erteilen. Ihr müsst das natürlich nicht tun, aber das beschränkt gegebenenfalls dann natürlich eure Funktionen auf der Samsung Galaxy Watch oder Watch 6 Classic. Das Wichtigste ist eigentlich der Benachrichtigungszugriff, weil dann könnt ihr, nur damit könnt ihr quasi auch Benachrichtigungen auf eurer Uhr empfangen und dann habt ihr den ersten Schritt schon gemacht. Und der zweite Schritt ist dann sozusagen Google bzw. Wear OS, denn wir haben ja hier eine Google-Uhr, wenn ihr so wollt. Zumindest das Betriebssystem ist von Google und dann müsst ihr natürlich auch hier entsprechende Bedingungen oder entsprechende Optionen von Google akzeptieren. Wobei ihr die beiden, die ihr hier gerade gesehen habt, könnt ihr tatsächlich beide wegklicken und könnt trotzdem voranschreiten. So, dann geht es weiter. Die Uhr wird vorbereitet und wir müssen nun natürlich, damit wir nachher Play Store und Co. von Google nutzen können, auf unserer Uhr auch unser Google-Konto einrichten. Denn nichts anderes ist die Uhr ja, wie euer Smartphone. Da habt ihr am Anfang ja auch euren Google-Account eingegeben, um quasi das Smartphone zu starten, zumindest die meisten von euch. Und genauso ist es auch letztlich bei der Uhr, denn auch auf der Uhr werden quasi mit dem Play Store und so weiter und so fort wesentliche Teile von Google natürlich zur Verfügung gestellt und die könnt ihr nur nutzen, wenn ihr auch ein entsprechendes Google-Konto installiert. Und das wollen wir jetzt mal tun, denn ihr müsst jetzt hier oder könnt jetzt hier ein entsprechendes Google-Konto auswählen. Wenn ihr das übrigens nicht macht, habt ihr keinen Zugriff auf den Play Store und so weiter und so fort, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hat die Uhr einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Also ihr seid hier ein bisschen an Google gebunden. Deswegen sage ich, auch wenn ihr hier überspringen könnt, eigentlich müsst ihr auf Weiter klicken, um dann euch mit eurem Konto anzumelden. Jetzt gebe ich gleich im Hintergrund mein Passwort ein. Das müsst ihr dann auch tun. Das überspringe ich jetzt mal, denn das ist für euch vielleicht weniger relevant. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Jetzt haben wir hier das Passwort. Wir bestätigen das einmal. Dann geht das Ganze in die Anmeldung und schon startet tatsächlich auch der Play Store. Und damit geht es jetzt eigentlich schon los, dass wir die ersten Apps für den Start installieren können. Und die schlägt uns Google jetzt hier entsprechend vor. Einmal bei mir zum Beispiel von meinen anderen Smartwatches, was ich da installiert habe und hier noch installieren könnte. Beziehungsweise im Zweifel, wenn ihr keine anderen Geräte habt, dann kann es auch sein, dass nur der untere Block bei euch vorhanden ist und dann werden euch einfach nur empfohlene Apps für Smartwatches vorgeschlagen. Nach welcher Reihenfolge und nach welchen Kriterien, die hier ausgewählt sind, fragt mich bitte nicht. Ich vermute, man kann die kaufen, diese Plätze, aber mag auch sein, dass das einfach nur die meistgenutzten Apps oder was auch immer sind. Nächster Schritt ist die automatische Uhrsicherung, denn ihr könnt ein Backup eurer Uhr machen. Das funktioniert mit Smartwatches und benötigt damit quasi auch entsprechende Zugriffe. Die müsst ihr jetzt gleich einmal erteilen, so ihr denn das Ganze nutzen wollt. Das macht durchaus Sinn, denn wenn ihr die Uhr gesichert habt, könnt ihr sie auch wiederherstellen und so weiter und so fort. Das ist durchaus sinnvoll, das gegebenenfalls zu tun. Und wenn ihr mit einem Samsung-Konto angemeldet wart, könnt ihr hier an dieser Stelle übrigens auch alte Uhrstände wiederherstellen. Und jetzt geht es tatsächlich schon los mit den ersten Einstellungen. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr die Uhr rechts oder links tragen wollt. Ich bin Linkshänder, deswegen trage ich sie rechts. Also was heißt deswegen, aber ich trage sie rechts. Und ihr müsst hier noch einstellen, wo denn die Knöpfe in der Orientierung sein sollen, damit die Uhr einfach weiß, wie sie das Display ausrichten muss. Das ist der wesentliche Hintergrund für diese Einstellung. Dann werden euch hier noch einige Informationen gegeben, zum Beispiel zum Always-On-Display. Das erkläre ich euch alles aber im nächsten Video auch nochmal, was das Ganze konkret ist, was das bedeutet und so weiter und so fort. Wichtige Information noch, wenn ihr die Notfalloption nutzen möchtet. Das könnt ihr tun und zwar indem ihr fünfmal auf den oberen Knopf klickt und vorher natürlich die Notfallkontakte konfiguriert habt. Das kann durchaus hilfreich sein. Also insofern, wenn ihr das nutzen möchtet, guckt euch das mal an, weil das muss erst konfiguriert werden. Nachverfolgen der täglichen Aktivität ist nichts anderes, als dass ihr Informationen zu eurer sportlichen Aktivität bekommt. Und das könnt ihr hier dann auch entsprechend konfigurieren. Die Schlafgrundlage ist nichts anderes als der Schlaftracker. Auch das gucken wir uns zum späteren Zeitpunkt nochmal an. Pulszonen beim Laufen, wie die eingereicht, oder beziehungsweise die Anleitung dazu, ist hier auch nochmal kurz erklärt. Im Übrigen hat die Samsung Galaxy Watch 6 und 6 Watch Classic zum ersten Mal frei definierbare Pulszonen. Für wen das interessant ist, durchaus ein Feature, was es in der Vergangenheit nicht gab. Noch mehr zum Lauftraining und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Damit ist die Einrichtung so gut wie abgeschlossen. Und ihr seht jetzt im Hintergrund, jetzt laufen hier quasi nur die Prozente noch hoch. Hier alles unten, so Tipps und Benutzerhandbuch. Das kommt dann im nächsten Video. Da erkläre ich euch wirklich von A bis Z alles, wie was bei der Uhr funktioniert. Wer da Bock drauf hat, klickt gerne auf Abonnieren. Kann für euch auf jeden Fall nicht uninteressant sein, denn da wird wirklich nochmal alles von der Pike auf erklärt. Und wir sind jetzt durch. Wir haben die Uhr eingerichtet, jetzt kann es losgehen mit jeglicher weiterer Konfiguration auf der Uhr und in der App. Ihr seht jetzt hier links, die App ist auch schon gestartet. Wir sehen den Akkuzustand und so weiter und so fort. Also theoretisch kann man jetzt mit allem loslegen, mit dem man loslegen möchte. Und mit was wir da loslegen und was die nächsten Schritte sind, habe ich euch ja gerade schon gesagt, das gucken wir uns tatsächlich im nächsten Video an. Dann wirklich ganz umfangreich alle Details, wie man die Uhr bedient, was es für Apps gibt, was es für Einstellungen gibt, wozu das alles gut ist und so weiter und so fort. Das ist der Inhalt vom nächsten Video und wir schließen dieses Video so, wie wir das nächste Video starten. Denn direkt im Anschluss wird jetzt hier quasi das Video theoretisch kommen, welches euch die Tour und so weiter und so fort zeigt. Wer da Bock drauf hat, klickt gerne auf Abonnieren. Ich würde mich freuen. Danke euch fürs Zusehen bei Fragen. Immer gerne ab in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage Alexa Kamera aus. Okay.